Meine lieben Freunde, ein Tutorial und zwar über den Admin-Helper für Scum. Möchtest du auch so ein Boot hier fahren? Oder können wir kurz zur Straße hochgehen? Oder möchtest du auch dir einfach spawnen, worauf dir gerade der Sinn steht? Dann müssen wir einmal Tab drücken, dann kriegen wir nämlich eine bessere Maus hin. Und dann haben wir hier oben das S. Das ist der Admin-Helper für Scum. Klickst du einfach drauf, geht ein Fenster auf, hast sozusagen hier die Karte. Können wir natürlich auch sagen, warte mal, hier ist eine schöne Ecke hier unten. Klicken wir an, teleporten wir uns hin. Er lädt einmal ganz kurz durch. Wir schließen das Fenster wieder, das S kommt oben wieder. Und er lädt ganz kurz und bringt uns dann genau zu diesem Ort. Überall da, wo du hin willst. Aber das ist das eine. Du kannst ja auch alles spawnen, was es hier an Materialien gibt. Waffen, Munition, Essen, Trinken. Das, was du craften kannst. Autos, Boote. Was man halt benutzen kann. Boah, jetzt lädt aber ein bisschen länger hier, wa? Da hat er aber ein bisschen länger gebraucht hier. Oh, hier auch schön am Wasser. Das sieht doch toll aus. Guck mal, hier steht schon so ein kleines Boot. Und da stellen wir uns einfach mal vor, scheiße du, wie komme ich hier jetzt wieder weg? Ja, machen wir wieder Tab. Den Admin-Helper an. Klicken auf das Auto. Und sagen dann, wir wollen mal hier so eine Karre in Camouflage haben. Bauen wir das mal bitte hier hin. Bap, da ist das Auto. Fahr bereit. Und so kannst du hier alles durchgehen. Wir haben hier die Karte zum Teleportieren, wo du alles sehen kannst. Wir haben hier Ruhm und Geld. Ja, was das jetzt genau ist, kann ich dir noch nicht sagen. Mit diesen Werten festlegen. Aber man kann sich wahrscheinlich gewisse Werte geben, die man sich dann verteilen kann. Und das Geld natürlich auch. Aber da stecke ich noch nicht so ganz so tief in der Materie in diesem Spiel. Da bin ich bei 7 Days to Die oder bei Daisy schon ein bisschen weiter. Du kannst dir hier, siehst du, gewisse Klamotten spawnen, die du gerne hättest. Du kannst dir Munition, Magazine und Waffen spawnen, was du hier so hast oder möchtest. Ich scrolle das nur einmal ganz schnell durch, weil ich dir eigentlich in diesem Video erklären möchte, und das machen wir gleich hier nach, wie das Ganze installiert wird, sodass du das auch nutzen kannst. Dass du das auch genauso da oben hast, wie ich das habe. Weil da gehört ein bisschen was zu noch. Nicht viel, aber es gehört da ein bisschen was zu. Du siehst hier Ersatzteile, Boote, Autos, Trecker, was auch immer. Hier essen, trinken und so weiter und so fort. Angelsachen kannst du hier jetzt alles durchgehen. Das gecraftete, Medical, Bausachen. Du kannst dir aber auch Tiere oder die Zombies spawnen. Du kannst hier alle Elemente anwählen. Du hast hier natürlich einen ganz, ganz kleinen Skullbalken, weil das halt so, so viel ist. Du kannst dir benutzerdefinierte Pakete selbst anlegen, was gespawnt werden soll. Du kannst aber auch noch Serverbefehle eingeben. Und hier ganz rechts hast du noch eine kleine Leiste für Information, Einstellung und das Arsch. Du kannst es hier oben anpinnen, dass es immer hier oben ist. Und du hast natürlich hier das Fenster fürs Minimieren. Wenn du auf das X drückst, ist es natürlich geschlossen, dieser Helper. Und damit dieses Fenster hier oben auch bleibt, so wie jetzt, damit du das S, damit du immer darauf zugreifen kannst, wie du es möchtest, musst du erst mal unter Optionen und zwar in Grafik den Display-Mode ändern. Borderless. Der ist standardmäßig, glaube ich, als Vollbild drin. Und der muss auf Borderless gestellt werden, also auf Randlos. Und das speicherst du dann einmal ab oder drückst hier auf Anwenden. Und dann hast du das Spiel schon mal dafür komplett eingestellt. So, dann gehst du auf diese Seite. Die verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Das ist ein bisschen einfacher. Du brauchst es nicht abtippen. Da klickst du auf den Link und dann geht diese Seite auf. Und dann steht hier schon der Scum Admin Helper Beta. Du drückst einfach auf Download und installierst ihn einfach auf deinen Rechner. Und dann bekommst du ganz automatisch, wir beenden mal dieses Spiel, bekommst du ganz automatisch dieses Symbol hier. Das musst du immer mitstarten. Startest du das nicht mit, kannst du nicht auf dein Admin Tool zugreifen. Du siehst auch, ich habe das Admin Tool immer noch, obwohl ich das Spiel schon geschlossen habe. Weil, das ist nämlich spielunabhängig. Das öffnet sich parallel mit. Und wie gesagt, das war ja die Einstellung. Ich x-te das jetzt auch gleich mal weg. Mache sie da oben in die Ecke. Und dann x-te ich es komplett weg. Jetzt ist es nämlich geschlossen. Und damit du es im Spiel immer erreichbar hast, damit du im Spiel darauf zugreifen kannst und nicht zwischen den Fenstern tappen musst, muss halt die Grafik, dein Fenster in dem Spiel Scum auf Borderless eingestellt sein. Und das war es dann auch schon. Und du hast zu Anfang ja gesehen, was du damit alles machen kannst. Du kannst damit eigentlich alles machen. Das ist ähnlich wie bei 7 Days to Die in dem Creative Mode. Du kannst dir Sachen spawnen, kannst dich hin und her teleportieren. Du kannst sozusagen das Spiel in einer schnelleren Form bis zum Endgame spielen. So einfach ist das Ganze. Ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen. Und wenn es dem, also wenn dem so ist, dann würde ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben freuen. Wenn du Fragen, Anregungen, Kritik hast, schreib es bitte in die Kommentare. Dann machen wir natürlich ganz schnell. Also ich reagiere immer sehr schnell darauf. Entweder antworte ich drauf oder wir machen halt ein Video auf dein Anliegen. Und wenn du mehr sehen möchtest und dranbleiben möchtest, denn die nächsten Tutorials auch für 7 Days to Die, für The Forest, die sind jetzt gerade alle in Bearbeitung. Wenn du die nicht verpassen möchtest, dann abonniere den Kanal und aktive das Glöckchen, damit du auch rechtzeitig benachrichtigt wirst. Ich sage danke fürs Einschalten und freue mich, wenn du im nächsten Video wieder mit dabei bist. Bis dahin, Rinja und und, tschö. Und, tschö.